Hallo, mein Name ist Roman Reuter. Vorweg möchte ich euch sagen, dass ich in mein ganzes Leben noch nie so gut Geld investiert habe als in die Instant Change Methode. Nach unserem Umzug letzten Jahres in die Schweiz von einem großen Haus mit Garten auf eine kleine Wohnung auf einem Berg von 1200 Metern fiel ich plötzlich in eine tiefe Depression. Es gab für mich jetzt nichts mehr zu tun. Meine Lebensfreude und mein Lebenssinn waren nicht mehr vorhanden. Nach drei Monaten sind wir dann ins Tal umgezogen und die Depression konnte sich auflösen. Aber meine Lebensfreude und mein Lebenssinn waren nicht mehr vorhanden und kamen auch nicht mehr zurück. Dann kam es wie es kommen musste. Anfang November stürzte ich und dabei brach ich mir den Oberschenkelhalsknochen. Das Leben zeigte mir, dass ich etwas verändern muss. Drei Monate später erledigte ich eine Stammhirnblutung in Folge von erhöhtem Blutdruck 220 auf 120. Nach drei Tagen konnte ich das Krankenhaus verlassen, natürlich unter Einnahme von Medikamenten. Nachdem ich mich über die Nebenwirkungen hierüber informiert hatte, setzte ich es sofort ab. Während dieser Zeit hatte ich natürlich sehr große Angst einen Rückfall zu erleiden und vielleicht mit heftigen Auswirkungen. Ich beschäftigte mich jetzt tagtäglich nur noch mit YouTube-Videos über Blutdruck, Alternativen zu Medikamenten. Bis ich plötzlich auf den Werbespot von Daniel Weinstock stieß über die Instant-Change-Methode. Ich hatte bereits den Finger am Rechner, um diesen Spot zu überspringen, stützte aber, denn irgendetwas in mir wurde ausgelöst, diesen Spot trotzdem anzuschauen. Hier wurden Dinge vorgestellt, die meinen Verstand total überforderte. Aber mein Herz signalisierte mir Stimmigkeit und ich buchte innerhalb von Minuten eine Sitzung. Nach zwei Tagen fand die erste Sitzung statt und hier lösten sich sofort meine ersten Blockaden. Lebenssinn und Lebensfreude waren wieder zurückgekehrt. Meine Ängste verflogen und ich strotzte nur so von Energie, Freude und Taten dran. Zwei Tage später hatte sich mein Blutdruck auf 170 zu 98 gesenkt, dies ohne Medikamente und ich fühlte mich wirklich wie neu geboren. Meine Gehbeschwerden infolge des Bruches verwässerten sich von Tag zu Tag. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Testimonial jeden Zweifel überzeugen, sich eine Sitzung zu schenken. Für meinen Teil habe ich mich übrigens auf die Ausbildung angemeldet und vielleicht treffen wir uns hier in Marbella wieder. Vielen Dank auch hier an Helma, die das wunderbar gemacht hat und tschüss.